In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du bei der Bruchrechnung die vier Grundrechnungsarten verbinden kannst. Zuerst starten wir mit einer kurzen Wiederholung. Bei den Grundrechnungsarten unterscheiden wir zwischen zwei Arten, und zwar der Strichrechnung mit dem adieren und mit dem subtrahieren und der Punktrechnung mit dem multiplizieren und mit dem dividieren. Zusätzlich gibt es bei der Verbindung der vier Grundrechnungsarten noch die Klammern zu berücksichtigen. Steht ein mathematischer Ausdruck in einer Klammer, muss dieser zuerst gerechnet werden. Damit bei der Verbindung der vier Grundrechnungsarten auch alles glatt läuft, brauchen wir nun noch die Vorrangregeln. Dazu haben wir bereits einen Zauberspruch gelernt. Kannst du dich noch daran erinnern? Genau, der Zauberspruch war Klapustri, Klammer vor Punkt vor Strich. Das bedeutet, zuerst müssen Ausdrücke in der Klammer berechnet werden, danach die Punktrechnungen und zum Schluss die Strichrechnungen. Diese Vorrangregeln möchte ich mit dir nun in drei Beispielen sofort anwenden. Das erste Beispiel lautet 5 Sechstel mal 3 Halbe plus 2 Drittel mal 3 Viertel. Nachdem auch bei der Verbindung der vier Grundrechnungsarten nach wie vor die Rechenregeln für die einzelnen Rechenarten gelten, werden wir nun zuerst einmal bei der Multiplikation versuchen zu kürzen. Bei der ersten Multiplikation kann ich hier 3 und 6 durch 3 kürzen, bleibt 1, bleibt 2 und bei der zweiten Multiplikation kann ich 2 und 4 durch 2 kürzen, bleibt 1, bleibt 2 und 3 und 3 durch 3 kürzen, bleibt 1, bleibt 1. Für die bessere Übersicht schreibe ich nun diese gekürzte Rechnung noch einmal auf. 5 Halbe mal ein Halbes plus, hier haben wir ein Ganzes mal ein Halbes ist gleich und nun Punkt vor Strich. Das bedeutet, wir starten hier mit den Punktrechnungen. 5 mal 1 ist 5, 2 mal 2 ist 4, sind 5 Viertel plus 1 mal 1 ist 1, 1 mal 2 ist 2, ein Halbes. Wenn du nun an die Rechenregeln für die Strichrechnungen, also für die Addition und die Subtraktion denkst, erinnerst du dich, dass wir zum Addieren und Subtrahieren immer einen gemeinsamen Nenner brauchen. Der gemeinsame Nenner wäre in diesem Beispiel Viertel, wir erweitern also den zweiten Bruch mit 2, erhalten so 5 Viertel plus 2 Viertel ist gleich und dann können wir noch zusammenrechnen 5 und 2 ist 7, also 7 Viertel und das ergibt dann 4 geht in 7 einmal und 3 Rest, ein Ganzes und 3 Viertel. Bei der zweiten Rechnung haben wir nun auch einen Klammerausdruck. Das bedeutet, wir müssen zuerst den Ausdruck hier in der Klammer rechnen und da es sich um eine Addition handelt, natürlich wieder mit einem gemeinsamen Nenner. Der gemeinsame Nenner ist in diesem Beispiel nun 18, wir erweitern also den ersten Bruch mit 2, den zweiten Bruch erweitern wir mit 3, ich schreibe das Ganze wieder auf, wir haben 2 Achtzentel plus 15 Achtzentel in Klammer geteilt durch 5 Achtzentel. Bei der Addition und bei der Subtraktion darfst du natürlich nun nicht in Versuchung kommen und beginnen zu kürzen, beispielsweise hier 2 und 18, da das Kürzen nur bei der Multiplikation erlaubt ist. Wir fassen nun also in der Klammer zusammen, 2 Achtzentel und 15 Achtzentel ergibt 17 Achtzentel und statt der Division schreiben wir nun die Multiplikation mit dem Kehrwert, also mal 18. Fünftel ist gleich, wir können wieder kürzen, 18 und 18 bleibt 1, bleibt 1 und wir erhalten 17 mal 1 ist 17, geteilt durch 1 mal 5 ist 5. 5 geht in 17, 3 mal und 2 Fünftel bleiben Rest. Im letzten Beispiel erkennst du nun, dass wir auch gemischte Zahlen haben. Hier würde ich dir empfehlen, zuerst die gemischten Zahlen in einen unechten Bruch umzuwandeln und dann erst mit der Lösung dieser Aufgabe zu beginnen. Ein ganzes, 1 Drittel, 1 mal 3 ist 3 plus 1 ist 4, wir haben also 4 Drittel mal Klammer auf, 2 mal 4 ist 8 plus 1 ist 9, 9 Viertel minus 1 mal 2 ist 2 plus 1 ist 3, 3 Halbe ist gleich. Wir haben es hier nun wieder mit einer Klammer zu tun, das bedeutet zuerst wird in der Klammer gerechnet. Die 4 Drittel, die vor der Klammer stehen, schreiben wir nach unten ab, mal und bei der Subtraktion brauchen wir wieder einen gemeinsamen Nenner, das bedeutet wir werden unseren zweiten Bruch mit 2 ergänzen und so erhalten wir den gemeinsamen Nenner 4. 9 Viertel minus 6 Viertel und dieser Ausdruck steht natürlich nach wie vor in Klammer. Die 4 Drittel schreiben wir wieder ab, mal 9 weniger 6 sind 3 Viertel ist gleich, wir können wieder kürzen, 4 und 4 bleibt 1 und 1, 3 und 3 bleibt 1 und 1, einmal 1 ist 1, geteilt durch einmal 1 ist wieder 1 und das ergibt dann ein Ganzes. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wieder wie immer in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben findest du hier in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog Mathematik Rocks und ich freue mich schon auf die nächste Mathematikstunde mit dir.